Es fühlt sich so illegal an, dieses Spiel zu spielen, ganz ehrlich. Schaut euch das an. Charlie the Steak. Also ein Steak, das Charlie heißt. Sieht mich schon hinter Gittern dieses Spiel spielen, ganz ehrlich. Wenn ihr auch solche Spiele mögt, gerne Kanal abonnieren und Video teilen. Also, es kam vor über 10 Jahren raus. Ja, stamm ich ruhig an. Wurde aber dann runtergenommen, weil es zu brutal ist. Kannst Charlie hauen. Kannst Charlie hauen, das ist schön. Warte mal, du hast... Hi Charlie. Antwortet mir der eigentlich? Charlie? Hearst du mich? Du bist abgestürzt. Oh, der murmelt in irgendein Ritual. Irgendwas in der Art. Keine Ahnung, was der macht. Hallo, Charlie? Ich hab das Gefühl... LOL. Was hat der jetzt gerade labert? Ja, 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 ja. Der Blätschi da. Drückt der gleich ins Auge, hey. Da drück ich wohl ein Auge zu. Was kann man denn so machen? Messer. Alter. Alter. Ja, ey. Was kann man hier? Oben? Ach, Minigames für Kekse oder was? A, D für Move, W für Jump. What? Oh. Okay. Ach, das sind drei Minigames. Das hab ich... Ah, muss ich aufpassen. Muss ich aufpassen. Ich will Punkte machen. Also Kekse. Kekse will ich haben. Oh, oh. Alter, ist das gerade... Was hat dieses Steak in seinem Leben angestellt, dass es so behandelt wird? Hä? Platt wie dem... Ja, sehr platt. Aber okay. Der mit 275. Was haben wir da? Level Switcher? Raw. Rare. Medium. Well done. Was? Da brauch ich jetzt... Ach so, du brauchst so viele Kekse. Alter. Walter. Was ist das? Hä? Hä? Was ist das? Ach so, da kannst du auch noch... Ja. Okay, du kannst halt sehr schnell... Kekse farmen. Ein paar Mal ins Auge drücken. Ist ja immer gut. Wisst du Bescheid? Ja, Schleck. Schleck. Ah, da kann ich auch für Plus auch gehen. Aber, wie gesagt, das ist... Also, das ist im Prinzip... Okay, das kommt jetzt sehr spät, dass ich es sag. Äh, das ist ein... PC-Port. Vom Originalspiel. Das sind auch die originalen Animationen alles. Was haben wir hier? Ich habe hier nur Messer und Fleisch. Ui! Wir können die Steaks an die Wand heften. Ha! Bläh! Okay, es gibt ein paar Kek... Oh, der war schön! Oh, Double! Double an die Wand! Double an die Wand, hey! Aber sowas... Dieses Spiel ist so merkwürdig. Aber warum... Äh, was sagtest du richtig brutal eigentlich? Also... Ich... Okay, es soll... Was war das für... Äh... Altersdingsbombens war ab 3? Vielleicht ist es ein bisschen zu heftig gewesen. Aber wir haben, glaube ich, noch nicht alles gesehen. Hey, wir haben 500. Bapp! Ach, schade. Bapp! Du kannst auch ein Foto machen. Worum du das noch machen willst, ist einmal dahingestellt. Okay, noch... Äh, komm ich noch auf 800. Schaffe ich das noch? Ah! Ah! 800. So, wir haben 1.152. Klar, du kannst auch Lotterien machen und so weiter. Kannst du? Was ist eigentlich dieses... Naja, das ist ja nur die... Die Sachen hier. Okay, wir haben hier... Ach, voll ins Auge! Voll ins Auge! Ja, oh! Level Switch... Ah, da bräuchte ich 10.000 für Medium. Oida! So, mal, 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 ein bisschen... Klopfen mal ein bisschen durch, das Steak! Au! Oida, ey! Komm gleich nochmal, weil es ganz lustig war! Aber es ist noch eine Lotterie. Ah! Ah, da kommt ja ich dann das... Okay, 3 Attempts! Und? 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 Mäh! You lose! Hätt gern 500. Aber du brauchst halt 10... 10.000, um die erste Stufe zu erreichen. Oida! Das dauert ein bisschen lang, würde ich sagen. Hier, los. Mäh! Warte mal, was? Ah, erst mal... Ja! Was ist dann so brutal? Äh... Ja, das sind halt so die Animationen. Aber ich... Ich glaube, es war richtig heftig, wie es ist, wenn du den Level wechseln kannst. Ich glaube, dann wird es auch richtig. Es fühlt sich trotzdem illegal an, das zu spielen. Das sind da die Settings. Okay. Ich habe gedacht, da kann ich noch irgendwas anderes tun. Okay, switchen wir mal das Ganze mal ein bisschen hoch. Medium. Rare. Raw. Also, Raw, da brauch ich noch ein bisschen mehr. Machen wir Medium. This is starting to get interesting. Oh, schaut's mal an! Alter! Hohoho! Ja, kseh'n halt. Irgendwann schneidet er das weg. Sorry. Es wird schon ein bisschen brutaler. Es wird schon echt ein bisschen brutaler. Ja, hey. Machen wir kurz das weg, dass man mehr sehen kann. Nein. Oh, ich hätte für einen Moment gedacht. Für einen Moment hätte ich gedacht. Okay, gehen wir zu Rare. Schauen wir mal. Alter! Okay, ich kann's irgendwie verstehen, warum ich gepolt wurde von iOS. Noch nicht, noch. Ich, ich hab's, warte mal. Da hinten, seht ihr das alles da hinten. Aber ich kann hier nicht viel noch tun. Okay, da gibt's auch, ähm, TNT. Okay. Jetzt wird er langsam rot. Alter, dieses Spiel! Ich kann's wirklich verstehen. Ich kann's wirklich verstehen. Dann machen wir noch ein kleines Minigem. Dann müsste man nämlich dann die Mülle haben. Müssten wir. Okay, das ist jetzt. Ich wollte... Boah, das dauert ein bisschen lang, bis du zu der Mille kommst. Aber ich will wissen, was man in der höchsten Stufe machen kann. Ich will wissen, was du da machen kannst. Das will ich wissen. Ja, das ist halt nicht sehr viel Punkte grad. Not so much. Das bewegt sich auch sehr, sehr langsam. Grad der Punktestand. Glaubt, nach dem Sinn ist... Weiß nicht. Ich will die Mülle haben. Und wir haben Raw. You must be insane. You can't be a cook. Alter, schaut's mir das an. Pass auf, schaut's das an. Schaut's das an. Da ist er. Pass auf, pass auf, da. Da ist er noch happy. Da geht's noch. Dann ist er nicht mehr sicher. Und das ist Endstufe. Das ist sowas von... Endstufe. Bäh, du Drecksaue, hey. Bäh. Jetzt, jetzt, du. Na, mach. Ist das dein Ernst? Das ist so böse, dieses Spiel. Das ist so böse. Ich würde ja gar nicht wissen, wie lange du eigentlich dafür spielen musst, dass du das alles sehen kannst. Okay, einfach mal in der Pfanne. Kann man machen. Okay, Minigames gibt's ja auch, aber ich glaub, die Minigames sind, glaub ich, nicht relevant gerade. Okay, das sieht jetzt noch harmlos aus, als das andere. Aber, hä? Wie hat er auf einmal die... Wie hat er auf einmal die Zähne wieder? Baut, hey. Oida. Oida. Also das mit der Zunge, das ist, glaub ich, echt so... Oder mit dem Auge. Boah. Ich denke, da ist jetzt halt noch... Da geht's aber. Da hast du nämlich... Da hast du noch die... Ist es auch schon heftig? Oida. Aber Raw ist halt... Ja, Raw. Hi, Charlie. Wie geht's dir? Du siehst nicht so gesund aus. Ich weiß immer noch nicht, ob das Spiel mich hört. Ich weiß nicht, ob das in der Original... Okay, also er würde dann was sagen, aber... Ich vermute, dass es halt in der Original-IOS-Version eher funktioniert. Und das ist ja ein PC-Port. Aber wie krank das ist. Wie krank. Ach komm, das muss ich mir jetzt mal kurz anschauen. Ne, das war... Warte. Das ist halt so... Einfach krank, weißt. Okay, dann lass ich's gut sein mit Charlie the Six. Es ist einfach nur... Wah. Ich weiß nicht. Krank das Spiel irgendwo. Wie findet ihr denn das? Mir gerne in den Kommentar schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut.